Hallo und herzlich willkommen auf unserem 4-Sterne-Campingplatz hier in Schellbronn im schönen Nordschwarzwald. Mein Name ist Miriam Frech. Ich und mein Mann betreiben den Campingplatz mit Leib und Seele. Erleben Sie hier Ihre schönsten Tage im Jahr. Dazu lade ich Sie herzlich in einem Film ein. Für unsere Gäste stehen 54 Stellplätze zur Verfügung. Darunter 11 Deluxe Stellplätze mit Grillkamin und einen kleinen Sandkasten für Kinder. Alle Plätze verfügen über Wasser und Abwasser und 16 Ampere Stromversorgung. Wir haben 180 Jahrestellplätze, die alle mit festen Wegen befahrbar sind. Seit 2017 steht Ihnen unser neues, modernes Sanitärgebäude mit Regenduschen und Einzelwaschbecken zur Verfügung. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Für unsere kleinen Gäste haben wir einen Duschelefanten und kleine Kinderwaschbecken, damit das tägliche Waschen ein Erlebnis ist. In unserer Vermietung befinden sich zurzeit drei Übernachtungsfässer und zwei Mobilheime. Diese sind voll ausgestattet, damit Ihr Urlaub sofort beginnen kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Für unsere kleinen Gäste bieten wir einen Spielplatz und einen Bolzplatz. Andere Gäste können sich bei einer Partie Schach oder Mühle vergnügen. Legen Sie einen sportlichen Tag in unserem modernen Fitnessstudio ein. Oder genießen Sie einen schönen Wellness- und Verwöhntag. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank für Ihr Interesse. Hat Ihnen unser Campingplatz auf den Bildern gefallen, würden wir uns freuen, Sie als unsere Gäste hier begrüßen zu dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017